Alle wach? Willkommen zu unserem Karneval Faschingskostüm-Spezial. Wird ganz lustig werden und die Kostüme würden uns von www.karneval-megastore.de für dieses Video ausgeliehen. Dafür bedanken wir uns. So, das ist der Karneval Megastore und das ist die Internetadresse. Ja, ich habe es euch auch unten nochmal in der Infobox verlinkt und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Amen. Ich bin Robert, äh, Robin Hood. Rächer der Armin und den Ernten. Ich bin ein Lekun. Ja, ich bin ein Lekun. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Ha, ha, ha. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Super. 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 Wer ist auch ein Lekun-Kun-Kun-Kun-Kun in die Kommentaren? Ich glaube, ich bin ein Lekun-Kun-Kun. Super. 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 Aus völlig. Mama. 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 Ah. Das ist wichtig, aber nurbang. Super. Mom. Tina. I'm Sweet Daddy. 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 Die sind schon alle wach. Das war's. Hat's euch Spaß gemacht? Ja. Hoffe ich mal. Mir hat's riesen Spaß gemacht mal, sich richtig so zu verkleiden mit paar verschiedenen Sachen. Ja, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, und abonnieren nicht vergessen, meine Lieben. Also bis zum nächsten Mal, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.